Dein neues Bike. Deine Fragen. Hallo Jean-Pierre von Lys. Das ist schwierig für mich zu beantworten bei diesem Modell. Wenn es mir recht ist, handelt es sich hier um einen Roller. Es heisst ein Rollerchassis. Wenn man schneller unterwegs ist, wird das Chassis irgendwann instabil. Es ist sicher nicht so angenehm, hohe Geschwindigkeiten zu fahren. Vielleicht hat der Händler recht, dass nicht viel zu machen ist mit höcheren Geschwindigkeiten zu erreichen.